So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten, herzlich willkommen an alle und wir legen direkt los mit den News. Haben sich jetzt so nach der Demo peu à peu hier im Laufe des Montages einige Neuigkeiten ergeben, über die wir jetzt sprechen müssen. Und so wird jetzt hier ganz offen in dem politischen Berlin darüber diskutiert, ob man nicht eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit aktuell benötigen würde. Und das ist wirklich, wie ich finde, ein sehr, sehr starkes Stück, denn in unserem Grundgesetz steht drin, dass wir jederzeit eine Versammlung abhalten können, demonstrieren dürfen, wie und wann und wo wir das wollen. Klar, je nachdem muss solch eine Versammlung oder auch Demonstration angemeldet werden. Das ist aber eher ein, ich sag mal, organisatorischer Punkt, damit natürlich, falls nicht die Gegendemo irgendwie auch in der Gegend ist, da Polizei gut aufpassen kann, dass gegebenenfalls, wenn das über eine Straße geht, die Straßen abgesperrt werden und so weiter. Das hat schon Sinn, das ist schon logisch. Aber dass man jetzt dieses Recht hier verwehren möchte, das finde ich ist ganz, ganz krass. Und das ist der Unions-, also CDU-Innenexperte Armin Schuster, der darüber spricht. Er sieht nämlich hier eine Gefahr für die Allgemeinheit der Demonstration in Berlin und spielt damit natürlich auf die nicht vorhandenen Abstandsregelungen, nicht getragene Masken und sowas an. Und weiterhin, dass solche Versammlungen dürfen seiner Meinung nach nur noch stattfinden, nur noch unter sehr viel strengeren Auflagen oder gar nicht mehr sollten diese genehmigt werden, sagte er soweit der Rheinischen Post. Und weiterhin gibt es dann auch noch hier den Hauptgeschäftsführer vom Städtetag, Helmut Dedi nennt er sich. Und er sagt dann hier, Zitat, aber aus Demonstrationen heraus dürfen sich nicht neue C-Hotspots entwickeln. Ich erinnere hier an die BLM-Demos aus dem... im Juni war es. Wo sind diese Hotspots? Ich konnte sie im RKI-Bericht nicht finden, okay? Es ist unverantwortlich, auf so engen Raum die Regeln und Auflagen nicht einzuhalten. Und weiterhin sagte der dann noch, und es muss darüber nachgedacht werden, wie es sich erreichen lässt, dass sich Fehlverhalten von Demonstranten in solchem Ausmaß wie am Wochenende nicht wiederholt. Ist eine ganz interessante Herangehensweise, warum jetzt bei dieser Demo und nicht bei einer Demo zuvor, die in Berlin stattgefunden hat? Ich habe da keine Antwort drauf. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es sehr, sehr kritisch zu betrachten, wie auf jeden Fall jetzt hier umgegangen wird. Weil wenn die Politik kritisiert wird, ist es offensichtlich eine andere Thematik, als wenn es um ein anderes Thema geht. So habe ich einfach das Gefühl. Und das finde ich doch sehr, sehr schade. Und weiterhin müssen wir auch nochmal drauf eingehen, weil nämlich hier ein interessanter Bericht über die Teilnehmerzahl rausgekommen ist. Der ist in der Welt und auch in anderen Zeitschriften, so hat zum Beispiel hier von der ARD der Faktenfinder, so nennt sich er, dazu geäußert, dass die angegebenen, angeblichen 1,3 Millionen Menschen bei der Kundgebung in Berlin nicht da gewesen sein können. Okay, wir haben im Livestream und auch gestern in meinem Video schon darüber gesprochen, dass ich diese 1,3 Millionen auch nicht unbedingt glaube. Ich glaube, es wären aber mehrere hunderttausend gewesen. Das glaube ich auch jetzt noch, nachdem man zahlreiche andere Bilder gesehen hat. Ich redete die ganze Zeit davon, so wie auch der Veranstalter, wie ich das mitbekommen habe, dass nicht bei dieser Kundgebung am 17. Straße des 17. Juni diese 1,3 Millionen oder auch hunderttausende Menschen gewesen sein sollen, sondern dass gänzlich in Berlin auf der Straße inklusive des Spaziergangs so viele Menschen gewesen sein sollen. So, und das ist schon mal eine ganz andere Auslandslage als jetzt dieses hier. Dennoch gibt es aber auf jeden Fall auch zahlreiche neue Vergleichsbilder jetzt mit der Love Parade, wo ca. 1 bis 1,5 Millionen Menschen teilgenommen haben seinerzeit in den 2000er Jahren und im Vergleich dazu die Demonstration von Samstag. Und komischerweise wird genau bei dieser Demonstration vom Samstag, bei diesen Vergleichsfotos jetzt hier, immer Bilder genommen, wo schon nicht mehr so viele Leute da waren, habe ich einfach das Gefühl. Wo schon ein paar mehr Lücken drin waren zwischen den Demonstranten und so weiter. Gut, das sind dann halt andere Bilder, als die ich am Anfang gesehen habe, aber kommt da auf jeden Fall mal in meine Telegram-Gruppe. Olli-Talk nennt die sich. Da sind wir jetzt sage und schreibe über 2000 Mitglieder und tauschen uns da auch sehr gut darüber aus, über diese Thematiken. Und dann hat die Welt hier soweit nämlich geschrieben und das finde ich ist wieder dieses Messen mit zweierlei Maß. Hier heißt es nämlich weiterhin, Zitat, so lassen sich etwa große Lücken, passt genau auf, große Lücken zwischen den Teilnehmern erkennen. Auch füllt der Zug zum Zeitpunkt der Bildaufnahme nicht die ganze Länge der Straße aus. Anders etwa als bei der Love Break. Und das finde ich interessant. Hier wird jetzt einmal gesagt, so lassen sich etwa große Lücken zwischen den Teilnehmern erkennen. Warum gibt es dann die Diskussion darüber, dass die Mindestabstände nicht eingehalten wurden bei der Demonstration, wenn es doch Lücken zwischen den Teilnehmern gab? Also man versucht jetzt, auf der einen Seite sagt man, diese Demonstration war unverantwortlich, hier wurde einfach kein Abstand eingehalten, keine Regelungen eingehalten, sich an nichts gehalten. In dieser Richtung argumentiert man so. An der anderen Seite argumentiert man so, wenn man sagen möchte, nö, es waren keine 17.000, keine 20.000 oder gerade mal 17.000, 20.000 Teilnehmer. Dann argumentiert man, ja, ganz viele Lücken, die Straße war ja noch nicht mal voll. Also ich hoffe, dass es immer mehr Leute realisieren und merken, dass hier einfach ganz komisch darüber berichtet wird. Ich kann nicht beurteilen, ob da 20.000, 100.000, eine Million waren oder vielleicht doch nur 500. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe aber Livestreams gesehen. Ich habe zahlreiche Bilder gesehen. Ich habe nicht nur ein, zwei Bilder von der dpa gesehen, sondern zahlreiche andere Bilder, auch Bilder von Teilnehmern. Meiner persönlichen Meinung nach, das ist jetzt doch so meine Beurteilung dessen oder meine Folgerung daraus, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. 20.000 ist für meinen Geschmack nicht genug. 1,3 Millionen ist definitiv zu viel. Aber das hatte ich ja auch im Livestream schon gesagt. Schreibt mal eure Meinung dazu rein, gerade auch diese Berichterstattung, das finde ich halt einfach nur traurig. Freunde, als nächstes geht es mal wieder hier um unseren geliebten Herrn Altmaier. Er möchte jetzt hier mit tollen Ideen das Ladensterben in Städten verhindern und da geht es speziell darum, dass er sagt, dass diese Geschäfte doch mehr in die Digitalisierung rein müssten und dass man die Möglichkeit habe, eine Onlinebestellung dann auch dort zu tätigen, dort abzuholen und was weiß ich. So ganz ist mir das Konzept ehrlich gesagt nicht klar. Vielleicht ihm jetzt auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall Konzepte zur Wiederbelebung der Innenstädte entwickeln, sagt er. Wir wollen verhindern, dass es zu einem Sterben der Geschäfte in den Innenstädten kommt. Da stimme ich dem Mann zu. Das ist erstmal ein guter Ansatz. Das ist sinnvoll. Und dann sagt er hier noch weiterhin, jetzt kommt es weniger darauf an, immer neues Geld zu verteilen. Er ist nämlich gegen diese Konsumgutscheine, sondern darauf, die Attraktivität der Innenstädte zu stärken. Wir müssen den Geschäftseinhabern in den Innenstädten dabei helfen, ihre Kundenbeziehungen so zu digitalisieren, dass es auch den Modeläden und Schulgeschäften zugute kommt. Wenn zum Beispiel ein Kunde ein Markenhemd online bestellen möchte, sollte er das nicht unbedingt beim Hersteller tun müssen, sondern die Möglichkeit haben, zum gleichen Preis über die Einzelhändler seiner Wahl online zu kaufen. Und da gibt es eine ganz grundlegende Einschätzung von mir. Das ist Schwachsinn. Es ist grundlegender Schwachsinn aus dem Grunde, wenn ich mit meinem Auto nach Köln fahren muss, nach Bonn, nach Düsseldorf, in irgendeine andere Stadt hier bei mir in der Region und ich mir erstmal eine halbe Stunde Gedanken darüber machen muss, wo finde ich dort einen Parkplatz, wie viel Zeit investiere ich vom Eingangsschild Ort Köln bis zu diesem Laden und überlege dann, für den gleichen Preis bekomme ich aber auch das Hemd beim Hersteller, dann werde ich den Teufel tun und dieses garantiert nicht offline in dem Laden kaufen. Das ist doch logisch oder sehe ich das falsch? Also da muss man doch Attraktivität schaffen. Dann sagt man vielleicht, dass der Laden jetzt hier nicht eine 16% aktuelle Mehrwertsteuer hat, sondern einfach vielleicht auch mal ein bisschen weniger Steuern zahlen muss. Dann wäre das interessanter, dass der den Preis dadurch senken kann, dass ich sage, hmm, online ist nicht immer direkt das Günstigste, da habe ich die Möglichkeit, das Hemd live anzuprobieren. Passt mir das, gefällt mir das überhaupt und dann habe ich vielleicht sogar noch einen Preisverteil. Oder aber ich habe draußen geparkt und mein Ticket wird abgestempelt von diesem Laden. Ich habe kostenfrei geparkt. Das wäre doch mal interessant, überhaupt Parkplätze in den Städten zu schaffen, damit man gerne dort reinfährt. Aber nein, was passiert gerade zum Beispiel in Düsseldorf in dieser Stadt? Was wird da gemacht? Da werden immer mehr Parkplätze abgebaut. Im Gegenteil, es wird immer unattraktiver, dort hinzufahren. Also ich kann das, das ist so fernab. Geht weder Realität, was hier für Sachen wieder als Ideen toll dargestellt werden und das ist doch nicht nachvollziehbar. Ich frage mich auch, Herr Altmaier, mit seinem Salär als Minister von im fünfstelligen Bereich, monatlich, ne, monatlich, der kann doch gar nicht nachvollziehen, was unsereins Probleme sind, was wir an täglichen Sorgen und Nöten überhaupt haben. Oder? Sehe ich das falsch? Von der Last but not least noch etwas von einem unserer genialen Köpfe unserer Zeit in unserer Bundesregierung seines Zeichens, unser Finanzminister Olaf Scholz von der SPD. Und hier wird jetzt soweit ein paar Stimmen lauter, ob man nicht die Mehrwertschersenkung von 7 auf 5 Prozent respektive von 19 auf 16 Prozent länger durchführen sollte, als bis zum Jahresende. Dazu sagt er dann aber hier, über eine Verlängerung denkt Finanzminister Scholz nicht nach. Die Menschen sollten jetzt kaufen und investieren. Eine leichte wirtschaftliche Erholung sei bereits zu spüren. Und wichtig ist, dass man am Anfang sagt, wann Schluss ist. Ja, das möchte ich auch mal für Frau Merkel gerne wissen, wann endlich Schluss ist. Aber das nur nebenbei, das war so eine Frage, die mir gerade in den Sinn kam. Zurückzukommen auf die Mehrwertschersenkung. Ich habe ja die Befürchtung, habe ich in meinen Videos auch schon gesagt. Erstens, dass die Mehrwertschersenkung sinnfrei ist, nicht wirklich dort ankommt, weil wir sehen das. Ja, ich muss das ein bisschen relativieren. Wir sehen, dass wir zum Beispiel, wenn wir in den Supermarkt gehen, manche Sachen günstiger bekommen. Zum Beispiel hier, wo ich diesen Artikel gelesen habe, in der Welt, das Abo, habe ich keine Rückerstattung von 3 Prozent bekommen. Ich habe per E-Mail extra nachgefragt. Nein, eine Anpackung dessen gibt es nicht. Der Preis wurde einfach gelassen und die 16 Prozent Mehrwertscher drauf genommen. So viel Thema dazu. Genau das Gleiche ist wohl auch beim Spiegel passiert, wie ich es gelesen habe. Ja, muss man sich mal darüber nachdenken, was damit gemacht wird. Es wird den großen Firmen, den großen Konzernen geholfen. Nicht den kleinen Handwerksbetrieben, schon mal gar nicht irgendwie einer Putzfrau, einem kleinen Angestellten oder sonstigen, jemanden Selbstständigen wie mir. Nein, damit ist mir auch nicht geholfen. Im Gegenteil, meine Buchhaltung musste ich dafür komplett umstellen, etc. Also nur mit Kosten verbunden. So, und dass jetzt hier das Ganze nicht gesenkt wird, gehe ich von aus. Im Gegenteil, ich gehe sogar davon aus, dass wir eine Mehrwertsteuererhöhung aufgrund des großen Cs bekommen werden. Denn diese Finanzlöcher, die wir einfach haben, weil zig Millionen und Milliarden hier und da verteilt werden, gerade in die EU wird sehr, sehr viel Geld von uns rübergeschippt, geschippt, schaufelt, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und das muss irgendwie gedeckt werden. Also wir laufen hier meiner Meinung nach ganz klar auf eine Mehrwertsteuerung von 20 bis 25 Prozent hinaus. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das so kommen wird. Aber schreibt auch in meine Notation rein. Und generell zu den Themen alles in die Kommentare schreiben, das freut mich immer sehr. Daumen hoch, wenn das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Bleibt weiter entspannt. Bis morgen um 18 Uhr beim nächsten Video und ciao.